Berlin. Diese Stadt wurde einst vom Krieg verwüstet. Glüht mit seinem neuen Charme. Gehen Sie durch die Berliner Mauer. Fühle die Bereitschaft der Menschen, für die Freiheit zu kämpfen. Das Brandenburger Tor verkörpert die Geschichte der Stadt. Das Denkmal für die ermordeten Juden besteht aus 2711 Betondenkmälern unterschiedlicher Höhe. Es gibt viele klassische Gebäude auf der Straße unter der Linde. Die anderen Teile sind fast von Grün bedeckt. Kommen Sie ins Reisegebiet, um Deutschland zu probieren.